Hopfentopfen Hallo, ich bin die Leia. Ich mache Hopfentopfen. Ich zeige euch, wie es funktioniert. Jetzt holen wir die Ernte heraus. Ich hole die Samen heraus. Wir holen die Erde und machen sie wieder in den Hopfentopf. Damit sich die Erde ein bisschen aufkühlt. Gut. Nun öffnen wir die Paarung mit den Samen. Oh Mann. Es geht nicht auf. Jetzt machen wir die Erde locker, damit wir die Samen reinmachen. So. Jetzt machen wir ein Loch, damit die Samen rein können. Wir machen die Samen rein, damit es fast fertig ist. Ah. Jetzt machen wir das zu, damit es schön bedeckt ist. Jetzt machen wir noch ein bisschen Wasser ein, damit unsere Bremsen wachsen. Nun haben wir den Hopfentopfen getopft. Viel Spaß bei dem Hopfentopfen. Eure Leia. Jetzt machen wir den Hopfentopfen. Jetzt machen wir die Tempflation. Und jetzt machen wir das zu. Aber wie hier ist das mit dem Hopfentopfen. Jetzt machen wir die Tempflation.